Hier ist Jens Heinrich Klaassen! Ja, da bin ich. Dann wird's jetzt losgehen. Das Lied ist in C-Dur, falls es jemanden interessiert. Andere Tonarten kann ich nicht, diese schwarzen Tasten sind mir suspekt. Das ist meine Lieblingsstelle. Meine Freundin heißt Sabine, ich heiß Klaus. Gemeinsam haben wir ein eigenes kleines Haus. Jetzt ist das, genau. Na gut, eigentlich ist es ihr Haus. Ich hab es zwar bezahlt, aber sie hat's eingerichtet und die Wände angemalt. Nur einen kleinen Raum, den hat sie mir gelassen. Drei Quadratmeter im Keller gehören mir ganz allein. Hier darf ich nach Herzenslust pupsen. Hier hängen keine Bilder an der Wand. Mein männliches Refugium, ganz ohne weiblichen Tant. Ich mag den Raum, na klar, er ist recht schlicht. Altes Sofa, Fernseher, Pornos, Playstation, aber mehr braucht man doch nicht. Sabine dachte ich, Sabine dachte das nicht. Nein, sie dachte sich, du Mensch, den Klaus, du, den Klaus, den überrasch ich. Ja, vielen Dank, Sabine. Als ich eines Abends von der Arbeit nach Hause kam, stand ne dicke Frau an der Tür. Quietschte vergnügt, Klaus, Überraschung, sieh mal die Augenbinde auf hier. Sie nahm mich an die Hand und führte mich hinab. Als wir vor meinem Keller standen, dann nahm sie mir die Binde ab. Und Klaus, was sagst du, Klaus, gefällt's dir? Ach ja, na ja. Tine Wittler hat mein Leben zerstört. Die dicke Frau hat getan, was ich so überhaupt nicht gehört. Sie hat das letzte bisschen Männlichkeit aus meinem Raum gestrichen. In Bübchenblau und mein Sofa weggeschmissen. Tine Wittler hat was Bödes gemacht. Ja. Sabine stand daneben und hat sich totgelacht. Die beiden Tussis haben mir das letzte bisschen Würde weggepitselt. Ich will Tine Wittler fügen, bis sie brav um Gnade winselt. Tine Wittler hat mein Leben kaputt gemacht. Kurz nachdem sie weg war, hab ich Sabine umgebracht. Ja. 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 Ich hab ihr meine neue Wandfarbe moral implantiert. Brutal ist möglich. Ich glaub, sie hat's kapiert. Sabine, so was macht man nicht. Du, das gehört sich einfach nicht. Weißt du, Sabine, ich sitz jetzt hier im Gefängnis. Drei Quadratmeter. Graue Wände. Altes Bett. Sabine, hier ist's nett. Jens Heinrich Klaassen. Das war's. Geil. Das hat Spaß gemacht. 13 10 10 Vielen Dank.